Ist es bei Sophie Turner und Peregrine Pearson ein schneller Flirt oder die große Liebe? Schon im November kommen Gerüchte auf, dass die Schauspielerin kurz nach der Trennung von ihrem Mann Joe Jonas wieder auf Partnersuche ist. Sie wird beim Knutschen mit Peregrine erwischt. Ob sie offiziell mit dem Aristokraten zusammen ist, verrät sie bisher nicht. Doch Sophie teilt vor kurzem zum ersten Mal ein paar gemeinsame Schnappschüsse. Die beiden genießen offenbar einen lustigen Skiurlaub mit Freunden. Ein Insider plaudert außerdem aus, es hat sofort gefunkt, als sie anfing, sich zu treffen. Beide rechnen wohl nicht damit, sich so schnell zu verlieben. Es gehe auch um mehr als nur die körperliche Anziehung, betont der Tippgeber. Perry behandelt Sophie immer mit Respekt und bringt sie zum Lachen, was ihr auch sehr wichtig ist. Es scheint also ziemlich ernst zu sein. Dann dauert es bestimmt auch nicht mehr lange, bis Sophie und Peregrine ihre Liebe endlich ganz offiziell machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.